Hahaha Ah, ins Gesicht geschossen mit dem Titan Achso, ich habe vorhin Arena gezockt. Ja. Ist cool, aber ist halt schnell vorbei, ne? Das ist one on one. Man guckt sich an, man kann direkt losschießen. Okay. Also, ist das mehr so ein Duell, richtig, oder was ist das? Ja, aber du kannst halt durch die Manövrierfähigkeit deines Heinzis halt locker ausweichen. Du schießt halt mit dieser Unendlichkeitswaffe. Achso, okay. Elstar oder so heißt die. Ich weiß gar nicht, wie du sie weißt. Mag sein. Ja, ich teste jetzt mal diese Energiewaffe, wie die sich so spielt. Wird ja auch von manchen gezockt. Energie. Oh, ich habe so Bock auf Star Citizen. Ah, was ich übrigens empfehlen kann. Ähm, von Game Two, den Bericht über Raumsimulation. Gibt es ja Minuten. Ja, das kenne ich. Hast du gesehen? Hm, den kenne ich. Alter, Chris Roberts ist ja so ein witziger Typ, ne? Ja, also man kann ihn nicht ganz cool finden, nur. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Aber er ist auch ein derber Hurensohn. Nee, läuft ja nicht. Tschüss. Das ist so geil, ey. Das ist ja so geil, wenn er wirklich am Ende von Star Citizen einfach sagt, Tschüss. Robert Space Industries, das war nicht ich gemeint. Nee. Also das ist ja nicht mein Name, der da dran steht. Es gibt bestimmt noch einen Adam-Robot in der Firma. Ich verprügel sie alle. So, bist du jetzt auch da hingekommen? Ey, lass mal versuchen. Das ist jetzt mega die Challenge. Wir versuchen jetzt. Oh Gott, so viele. Ich habe gerade drei Leute gekillt. Zwei Leute? Drei? Zwei? Weiß ich nicht. Viele. Weil die alle aufeinander standen. Achtung. Hier auf der Straße. Oben auf dem Dach. Schleifel gemacht. Nice. Oh fuck, jetzt hinter uns. Straße, Straße, Straße. Direkt einmal 180 Grad umdrehen. Daumen. Perfekt. Schön gemacht. Bin wer da? Bin direkt neben dir. Das ist ganz lustig, die Waffe. Vor uns, oben links auch. Na, ich habe doppelt hier gemacht. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter dir. Fuck, und dann wieder von der anderen Seite. Ich habe schon wieder doppelt kill. Mein Infanterie-Geschützkracht hat gerade doppelt kill gemacht. Ich habe es so geil platziert, ey. Dein Stand genau neben meinem. Mein Stand nur einen Meter weiter hinter. Oh shit. Ich habe es so geil platziert. Ich habe es so geil damit. Ich habe es aber auch nicht. Und dann habe ich es wieder. Ich habe es ja wieder. Ich habe es nicht. Ich habe es. Ich habe es nicht. ich fand sie auch richtig gut so krass ist eines der besten shooter die leute checken halt auch nicht das ist halt von denen vorerst die black ops 2 machen das beste vorstellt bestätigt halt wirklich auch jeder das ist einfach von den leuten ich habe eine batterie klaut sehr schön alter geht das hier ab richtig krieg gerade ja ich bin leider wissen woanders gespawnt deshalb habe ich ja ich weiß auch ganz gut am arsch der heide alter was ein geiler jam das spiel ist das direkt was vor uns gespawnt nice schön gemacht also die sind überall auf den dächern wichser ja die haben gerade keine titans und ein titan hier versperrt voll den weg ich verstecke mich weiter da im schild geht ein schild ist schon wieder weg das ist ja mal gehalten das kurze ich werde was gekillt nein ich hasse das sind der haken nicht richtig greift und man schleift so auf dem boden hinter einem zeit mehr stimme war wie früher hinter so ein pferd an so ein pferd dran hängen und dann einfach durch die wüste gezogen werden ich sehe halt keine gegner mehr ist das problem also einer ist noch da mitten in der ecke was mit einem schluss hat er mich weg gehauen mit einem direkt so vom vom dach geholt einfach okay monark ist auf jeden fall ein ding was man mal probieren muss aber ist jetzt nicht so easy also kann man mal machen muss man hin 104 meter ja ist bei mir auch mega weit weg scheiße ich bin ich mich egal mit einem boiler ist da ist da ist da ist da ich muss gerade auch einen titan kill naja digga digga es ist snap down ja nice oah alter das war meins alter ich habe gerade zwei kills gemacht weil ich die rakete reingeballert habe nice heftig wieder sehr gut dabei bro und jetzt weil ich so weit weg gespawnt bin verkackt leider jetzt mal so ein hardpoint oder ich würde so gerne hardpoint spielen ja ich habe auch richtig bock mach doch nur hardpoint oder ist das dauert das zu lange komm wir probieren es einmal nur hardpoint und gucken ob wir es schaffen was zu finden gerade haben wir vier minuten gewartet oh verbindung zack fertig ne heftig was am zufall diese map ist richtig kompliziert aber ist auch geil zum laufen halt ne ja das stimmt allerdings ich finde mit den dlcs haben sie echt krasse maps was so laufkurse angeht rausgehauen ja oh ne ist rausgehauen 2 xp warum bekommen wir eigentlich 2 xp ist das gerade irgendwie sellout modus soja komm holen wir erstmal holen wir erst den ja was wir daniel in titanfall 1 gemacht habe war dass wir bei hardpoint nicht zu c oder zu dem nächstgelegen entgangen sind sondern immer direkt nach ganz hinten zum gegner gerannt weil meistens hast du es geschafft dadurch genau den zeitpunkt abzuwarten wenn alle anderen wegrennen kommst du an weißt du sorry ich war richtig gerade im kampf ja ich hab dir im nachhinein zugehört also ich habe einfach revived was du gesagt hast ja ich versuche grad b zu halten das ist so umkämpft ich weiß dass du meinst das ist nur geballer das ist so ein geschützt hingesetzt ich gehe mal zurück und holt c ja wunderbar hinter uns der kommt der steht vor c wenn du der rennt jetzt wieder zur mitte gleich wird keiner mehr uns meiner ich habe ich habe wieder oder ich verstärkt das wieder gerade ich bleibe jetzt auf a ich renne nicht rum glaube ich ach komm ich kämpfe mit wir brauchen action ha 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 ins gesicht geschossen mit den titan die lüte volle kontrolle ha 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 ich reine erstmal zu c mit scheiße ist das spannend gerade wasser denn wo ist er denn wir wollen uns aber ich bin mit dabei und wir liegen gerade hinten ihr macht das schon ich gehe jetzt zu a wir haben jetzt alles wir verstärken auch gerade alles jetzt b wieder weg das war knapp ich habe aber das ist gerade richtig eng hier scheiße der b nice gott sei dank okay wir führen wieder wir führen wieder scheiße und ich muss jetzt behalten okay bringt gar nichts keine chance alleine zu halten das steht in teilen und piloten ein einer ist noch c oben in der letzten ecke oben ja cmc und b und führen ich bleibe jetzt ich bleibe jetzt hier schaffen wir schaffen wir c ist jetzt wichtig zu halten deshalb bleibe ich auf c weil wir haben mal zwei ja okay jetzt holen sie auf das wird jetzt ganz knappe kiste ich gehe auf b scheiße kann ich auf b scheiße holen jetzt auf dem letzten meter auf keine chance du wirst direkt weg es bleibt bei b ja ich habe mit einer krasse sehr gut es geht ja voll schnell eigentlich ne ich dachte irgendwie das ist so ein jahr er wird halt voll einzelne jahre gebraucht und das ding voll zu machen gefühlt kommen wir zerstören das ding jetzt ich schieße gerade alleine drauf irgendwie egal hole ich noch ein paar titan kills weißt du das für mich ist aber ein unglaublich weil ich habe das style und das geld das ist ja quasi besser verkauft das war den frauen aber ja wie ich hier gerade gelevelt werde das ist ja unglaublich da ist da geht es richtig hier kann ich gerade die stufen raus das glaubst du nicht einfach nur geil ja vielen dank an die zuschauer bis jetzt dass ihr so durchgehalten habt aber ihr kriegt ja auch was zu sehen ich meine dass er 1a videospiel unterhaltung die hier gerade um die ohren gefeuert bekommt ich war ihr lause ich werde mich dann mal auf den weg machen recht auf den weg aus dem weg auf dem weg schaffen ja ich werde morgen wieder früh hoch müssen ja ich auch meine hartz 4 ruft hier muss noch früh hoch weißt du ja ja das ist ja cool dann aber vielen dank fürs zuschauen vielleicht machen wir gleich noch mal eine runde ich möchte aber nicht versprechen vielleicht kommt der daniel gleich noch mal rein das wäre es jetzt aber erst mal von uns beiden von mir und toren teilen voll 234 runden gespielt das war ziemlich geil hat spaß gemacht ich hoffe euch auch und die ist das nicht geil es ist quasi das happy end ja das ist und da jetzt kommt das happy end auch noch das war eine richtig geile xp massage mit happy end kann man so stehen okay vielen dank fürs zuschauen haut mal kurz den chat rein ob ihr jetzt aufhören soll zocken oder ob ihr weiter gucken wollt 3 zu 1 ich weiß nicht wie das delay ist ihr habt jetzt toren bleibt sowieso noch da ich weiß dass wenn ihr jetzt alle schreibt dass toren auch noch mitspielen soll und sich ich hätte nicht einfach verschwinden kann ich schreibe und er ist schon offline mit zocken ja natürlich soll toren mit zocken hast du es gesehen ich bin gar nicht online na gut aber trotzdem das war jetzt erstmal vier spielen definitiv demnächst weiter immer mal so eine stunde ist ganz geil jeden dienstag jeden donnerstag wird jetzt gerade zum ersten mal einschaltet und sonntags eigentlich auch immer das war's von uns wir wünschen euch noch einen schönen abend bis dann tschaui oh oh ich glaube es wäre besser wenn wir uns jetzt küssen warum wir kommen zum ende seht ihr oh mein lieblich also ist das gut oh mein lieblich sieht nach einem großen ende aus es geht alles Untertitelung des ZDF für funk, 2017